Kiel Ahoy, liebe Holstein-Fans! In unserer vierten IKK Nordhome Challenge geht es um Zeit. Eure Aufgabe ist es, so schnell wie möglich einen Ball von einem Hütchen oder einer Wasserkiste mit dem Fuß herunterzunehmen und ihn dann erst auf den einen, dann auf den anderen Fuß, auf beiden Oberschenkeln abwechseln und anschließend den Kopf zu jonglieren. Dann geht es wieder abwärts, bis ihr den Ball wieder mit dem Fuß auf dem Hütchen abgelegt habt. Wie viel Zeit braucht hier? So Fred, ich habe elf Sekunden gebraucht. Bist du schneller? Liebe Holstein-Fans, ich habe sechs Sekunden gebraucht und jetzt seid ihr da. Puh, das war ja ein ordentlicher Endgegner. Habt ihr es geschafft? Dann postet euren Versuch unter dem Hashtag Holstein Heimspiel und zeigt allen, dass ihr ein echter Ballkünstler seid. Dirk Glanz Dirk Bist du �